Ich hole dich ab, ich hole dich ab und dann gehen wir den FUTO GTX mal tunen und testen, ob der wirklich so viel besser ist als der andere Wagen im Driften. Also wir packen Drift-Reifen drauf. Und auch geile Neon-Beleuchtung, damit der Wagen auch den nötigen Drip hat. Ich habe eine kleine Überraschung, Sascha. Weiß man, ich bin gespannt. Steig ein. Weil, wer ist das? Nice, so, raus mit dir. Und wie war's? Wie, was war die Fahrt oder was? Mit der? Da ging nix. Siehst du, da ging nix. Okay, kannst du mir den Alice K-Meets markieren? Den mach ich. Alter, was ist denn da los? Was ist das für ein Wagen? Da sind Leute drin, oder, in dem Wagen? Ne. Ah, es sagt gerade so aus. Achtung. Kann der rein? Kann der rein? Jetzt können wir es testen, ob es Viersitzer ist. Ne. Warte. Au. Mach bitte nichts, Sascha. Ah, okay. Anfreunden, ja, finde ich gut. Ich steige auch mal aus. Geil, Alter. Oh, oh. Das ist nicht mal der Hacker, oder? Hacker war doch, oh. Alter. Okay, lass uns schnell unseren Karabaiter befolgen. Schnell, Mann. Andere Seite. Ich glaube, du bist tot. Ja, wollte ich gerade sagen. Steig ein, steig ein, steig ein, steig ein, steig ein, steig ein. Okay, okay, okay. Schnell, 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 schnell. Pass auf, da ist die. Ja, alles gut, alles gut. Okay, ich muss das Auto einlagern und dann das andere Auto holen. Den Futur GTX. Digga, wir haben Probleme. Wir haben auf jeden Fall Probleme. Los, kletter da hoch, kletter da hoch. Willst du ein neuer Film, oder was? Okay, okay, ich kletter. Sie schießt auf mich. Nicht, nee. Was machen wir jetzt? Oh, oh, sie kommt, sie kommt. Renn, renn, renn. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Du musst mein Schutzschild sein, ich bin fast tot. Alter, wenn du mich an mir schlägst, bin ich... Ich bin fast tot. Ich habe nichts gemacht. Danke. Ich habe nichts gemacht. Danke. Du hast mich blockiert. Wieso tötet die mich? Ich habe ja nichts gemacht. Du hast sie umgebracht. Ich habe nie was gemacht. Ich bin immer der Sündenbock. Für dich. Du kommst immer gut davon. Da ist mein FUTO GTX. In pink, Digga. Ich bin jetzt oben, Digga. Ich mache die jetzt fertig. Steig ein, wir wollten den FUTO GTX tunen. Wo bist du? Siehst du mich? Nee. Ich dich auch. So, jetzt kannst du mich sehen. Ah, jetzt da. Scheiße, Mann! Alter. Komm, steig ein. Nicer Wagen, Digga. Das sieht aus wie so... Ist es der? Ja, das ist der, ja. FUTO GTX. Geh, schnell, schnell. Schnell, schnell. Ja, ich versuch's. Nice. Okay, nice. Du bist drin geblieben. Okay, dann steigt wieder ein. Dann tunen wir den Wagen. Erstmal bessere Panzerung. Ich hoffe, ich habe genug Geld. Ach, dir am besten erstmal die Reifen drauf, damit wir das schon mal haben. Hast recht, hast recht. Nicht, dass es doch nicht reicht. Äh, wo sind denn die Reifen? Hier, Reifen mit wenig Haftung. Nice. Okay, dann schau ich mal, was wir machen können, oder? Ein bisschen Licht. Licht. Ja, ja, Lichtsafe. So was. Los. Das sieht so scheiße aus. Das sieht halt echt scheiße aus. Motorblock. So ein Klettergerüst. Sag mal Klettergerüst. Klettergerüst. Du F***. Ja, ich wollte es auch sagen. Kannst du mal ein Blüten draufballern? Ja, eben. Hä, Leute? Ich kann einfach einen Scheinwerfer anmachen. Guck mal, Schlafauge. Ja. Waaah. Einfach müde, Digga. Mein Auto ist einfach müde. Äh, Neonlichter. Neonfarbe. Pink. Ja, safe. Das ist Scheinwerfer an sich. Ich sehe gar keine Scheinwerfer. Ja, das geht wahrscheinlich nicht, weil mein Auto müde ist, oder? Soll ich nochmal umhänden? Du kannst gar keine Scheinwerfer anmachen. Ja. Ich mache mal serienmäßige drauf und dann, wenn ich Scheinwerfer aussehe, also Lichter, dann müsste es doch... Ja, guck. Ah. Dann lieber normal, oder? Ja. Okay. Auch pinke Scheinwerfer. Oh, das sieht wild aus. Okay. Design. Hier müsste ja irgendwas sein, oder? Karen. Malboro. Was? Malboro? Das sieht aus wie so ein Zigarettenpackung. Ah, ja, stimmt. So ein bisschen, ja. Alter. Das war wieder Fabian sein Style, oder? Das hier nicht. Das kann ich leider nicht drauf machen. Das hier ist Fabians Style. Die Kript-Rakete. Die Kript-Rakete. Fabians Style. Das gibt es nicht alles. Das ist eine rostige Scheiße. Ich mache das drauf, oder? So, einfach so auf Ultra-Japanisch angelehnt. Karu. Lol. Einfach so eine Dachbox. Geh mal wandern, oder? Ja. Finde ich gut. Mache ich drauf. Das sieht so scheiße aus. Uff. Wir machen so ein richtig hässliches Auto, okay? Der Spoiler ist doch nice. Straßenflügel. Den hier? Nee, der andere. Also der hier. Der ist besser, ja. Hast du noch, gell? Ich weiß. Ja, doch. Eine Million habe ich noch. Turbo kann ich nicht machen. Uff. Was? Ey, das Auto wird immer geiler. Doch, getönt, ja. Das schwarze sieht geil aus. Fensterspoiler, was? Ah, lol. Hinten einfach. Dann machen wir auch noch. Äh. Driftstoßstangen, komm. Boah, ii. Ah, einfach drauf. Okay, ich bin fertig. Okay, raus hier. Jetzt bin ich gespannt, ob der wirklich besser driftet. Vor allem mit dem Ding oben auf dem Dach. Letztes Mal? Ja? Hast du angefangen zu fahren? Dann darfst du diesmal. Jetzt teste ich ihn. Okay. Mach schön die Lichter an. Okay, schaust dir an. Ja. Nice, Mann. Oh, wieder aus. Find's cool, dass die so hochklappen irgendwie. Ja, Mann, das ist echt geil. Alter. Hä? Lässt du es driften mit dem? Oh, Digga. Ja? Mit dem hast du auf jeden Fall Kontrolle. Nice, nice, nice. Okay. Nee. Sehe ich, ja? Aber ist schon besser. Ist besser, sagst du? Der sieht so eckig aus. Der sieht wie so ein altes... Von so einem alten Nintendo-Spiel aus. Äh, Nintendo. So ein altes Gameboy-Spiel. Das ist ja Nintendo, Alter. Was sage ich hier? Das sieht aus wie ein altes Nintendo-Gameboy-Äh. Oh, hier wäre geil zum Drift, oder? Ja, 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 ja. Oh, nice, Digga. Fuck. Ich mache jetzt noch einen Drift. Okay. Und dann darfst du es mal probieren. Okay, okay. Wird, wenn man das Auto bei einem Rennen auswählt, sind dann auch normal die Drift-Reifen drauf? Wahrscheinlich, oder? Da hätte man ja gar keine Chance. Oh, Alter, der Arm. Mach, okay. Setz dich mal hinten hin, dass ich es mehr spüre. Geht nicht, oder? Lol. Okay, Lichter an. Jetzt bin ich gespannt. Mach die Lichter ab, Digga. Okay. Bevor du sie kaputt machst. Okay. Alter, okay. Die Lichter sind nicht kaputt, aber alles andere. Sind die noch ganz? Kannst du die noch ausfahren? Ja. Nice. Ich weiß nicht. Driften an sich ist halt relativ schwer, gell? Schwer, gell? So? Aber mit dem kann man es auf jeden Fall verbessern. Ja, mit dem hat man mehr Kontrolle als mit dem Porsche, den wir hatten. Auf jeden Fall. Die Leute sollen mal genau mit diesem Auto einen Drift-Clip hochgeladen. Genau das Gleiche. Genau mit diesem Auto. Ah, mit dem Futo GTX. Ja. Wie man es richtig macht. Und dann duettet hier drauf mit dem Futo GTX. Ja, Mann. Da will ich mal richtig geile Drift-Clips sehen. Ich glaube, da kann man über die geilen Drift-Clips machen. Ja. Jetzt mach mal deinen kränksten Drift. Okay. Oh, oh. Nice. Schaust dir an und jetzt packe ich ein. Scheiße. In der Prüfung, gell? Ja. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Ich drifte hier einmal raus. Ja. Scheiße. Das ist der einparkende. Der einparkende King. Drift-King. Ja. Ich drifte hier jetzt nach rechts. Das sollen die Leute machen. Was? Ein Duett drauf, wie sie einen parkenden Drift machen. Wie sie einparken. Wie sie driften und dann so in die Lücke reinparken. So wie ich schaue. Das ist ja richtig geil. Zack. Ja, nice. Wo ist da eine Parklücke, Ding? Ich weiß nicht. Lass mal kurz eine Parklücke suchen und es probieren. Zack. Und es ist auf der Tram-Station. Die Welt ist meine Parklücke. Nice, Digga. Nice, Digga. Okay, okay, okay. Leute. Ich möchte jetzt was sehen. Okay. Achtung. Kann man schon gelten lassen? Nice. Direkt aus dem Strich. Auf dem Strich. Warte, ich will hier nochmal reinfahren, weil das ist cool irgendwie. Genau so ein Drift-Clip müsst ihr machen. Passt jetzt auf. Ihr driftet hier rein. Merkt euch die Position auf der Karte. Und dann macht ihr so einen kranken Drift-Clip. Scheiße, das ist scheiße. Und parkt hier ein. Ja, geil. Und das in richtig geil machen. Nochmal. Und macht ein Duett. Jetzt seht ihr den cinematischen Drift, Digga. Wow, das war sogar nice, Digga. Das war sogar nice, oder? Ja. Ja. War das nice? Du bist so ein Arsch. Was soll das mal? Das war sogar nice, Digga, oder? Mhm. Okay, Leute. Das war's. Tschüss.